Hallo und Willkommen. Heute melde ich mich mal nur mit einem ganz kurzen Video. Und zwar möchte ich auf etwas hinweisen. Und zwar heute am 18.02. landet die Mars 2020 Mission der NASA. Der Rover Preserverance und auch ein Copter ist diesmal dabei, wird auf dem Mars landen. Die NASA macht dazu einen Livestream mit auch ein paar Kommentaren aus der Operationszentrale. Ich verlinke das Ganze mal hier unten nachher. Da könnt ihr dann mal reinschauen. Gegebenenfalls auch auf Facebook gibt es ein Social Event der NASA, wo auch Fragen beantwortet werden. Verlinke ich nachher auch noch unten in der Videobeschreibung. Die Mars 2020 Mission war ein Teil meines allerersten Videos oder eins der ersten Videos, die ich hier gemacht hatte. War ein Livestream damals. Ich verlinke den mal hier oben noch. Wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen länger wieder her. War eins meiner ersten Videos. Geht generell über den Mars, aber ein bisschen davon auch über diese Mars Mission. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja nochmal reinschauen. Ansonsten heute Livestream der NASA oder auch dieses Social Event auf Facebook. Wie gesagt, beides unten verlinkt. Ansonsten wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ansonsten wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.